als ich klein war wollte ich immer schneller sein als die anderen die fahrräder die ich hatte mit denen war ich nie wirklich zufrieden irgendwas war immer ich wollte aber unbedingt das optimale fahrrad also fing ich an mir meine eigenen fahrräder zu bauen das perfekte fahrrad beginnt für mich in erster Linie im kopf die richtige materialauswahl die vielen kleinen details bis hin zum fertig geschweißten rahmen saubere linienführung hohe haltbarkeit eine klare form ohne viel schnickschnack sebastian schulze firma spleenworks ich baue fahrradrahmen ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020